Jetzt machen wir ein kleines Video. Ach so, der dreht. Wir drehen jetzt. Der macht hier richtig feine, schöne Bilder. Wir drehen jetzt. Conny, wir drehen jetzt. Ah ja. Haben wir denn ein Drehbuch? Haben wir denn da ein Drehbuch? Ah, steht kurz. Was war das für ein Buch? Ein sogenanntes Drehbuch? Ja, hier. Das dreht man aber hoch. Geht dahin aber noch ein Plattboden-Segler. Da wollen wir den Erik nochmal eben. Mit hochkonzentriertem Blick. In die Ferne schweifend. Die Lage kontrollierend. Er lässt seinen Schweif blicken. Hinten in Adenauer nochmal. Hintergrund ist Spiekeroog. Ich muss im nächsten Jahr vier Wochen Urlaub nehmen. Wieso? Da waren wir in der Ostsee. Ja, wenn ich dann wieder meine Stammzellen habe, meine gesunden, dann geht er einfach in die Masse. Die auch noch. Genau, aber. Ich bin ja noch nicht in Ruhestand, du. Und ich geh mindestens zwei Wochen mit. Und dann kommt vielleicht die Barbara noch nach. Zwei Wochen. Toll. Die macht den Überführungstörn mit. Ja, das ist ja die Schweine-Törn. Ja, genau. Die Schweine. Bis zum Nord-Osten-Kanal. Naja, der macht den Überführung.